Medizinstudiere war schon immer ein Traum und wir wussten, dass es ein schwerer Studiengang wird sein, zum Beispiel seit ersten Jahren es wirklich ausstrengend. Ich habe schon gefahrt, meine ersten Jahre nicht zu packen und wollte unbedingt alle Chancen auf meiner Seite tun. Schön auch, dass ich ein Mensch wie die Eichke auf der Fahrt Lijon kennengelernt habe und ich war so begeistert davon, dass ich dort hin für 30-jährig angeschrieben habe. Das wirkt euch super bei Ihnen, als ich schreibe Resümi von der Kurin. Sie greifen die Kurin von der Uni heineinig ab, sie schreibe Concours blanc und der Text gilt, ob der richtigen Examen vorbereitet und alle Fragen nicht mehr erklärt, bis die Lesch nicht verstanden hat. Ja, sie war permanent disponibel, ob da oder nicht, für wirklich alle uns Frauen zu beantworten. Es war doch immens praktisch, dass das MS nicht mehr fünf Minuten zu früh von der Uni ein Lauf fortleidet. Ich kann ihn, egal wie nicht, hier hinzukommen. Aber es war auch super, als würde ich einen großen Raum, wo in sich ein Routrückzeichen für eben zu leeren, wenn ich eine fünf Minuten Pause sitze, sich auf den Kuscheln, um ein bisschen aufzuschalten. Weil es eben auch ein Vorteil ist, wenn ich nach vorne gehört habe, oder so, dann bin ich einfach ein bisschen abgeschlossen und natürlich nicht bei der Bibliothek oder so, weil ich schon praktisch eine erste Bibliothek hatte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017